Oh nein, der ist genau auf der freien Fläche. Ich weiß wo er ist. Der weiß aber schon welche Distanz. Ich hab'n Hit, ich hab'n Hit. Ich hab'n Hit kassiert und ihm einen gegeben. Jetzt einer vor mir. Down. Das Wischen nehme ich gerne. Er hat halt nur Blazer. Nein, was ist keiner? Oh shit, oh shit. Ich bin auf dem falschen Körperkollekt und hab zwei gefilgt. Vor und unten rennt einer. Wo ist es her? Ja, ich hab erstmal einen anderen gekillt. Stopp. Lass mich, wir schießen. Ich hab nur 15 Schuss. Ich bin nur 16. Der ist schön ab. Habe ihn. Habe ihn. Der hat eine 14. Habe ihn. Der hat sogar extra 90. Aber ich will noch einen. Am LKW ist er, oder? Ja, ja, ja. Ach, da war ein Kind für den LKW-10. Das habe ich gesehen. Ja, das kann ich halt nicht mehr. Ja, ja. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ja, ja, ja. Arbeit. Haben wir gerade hingehaut? Ja, ja. Der ist auch einfach. Wackelst du da rum? Ja. Geh einfach mal in Deckung. Ich will. Das steht. Harbin. Irgendwann schießt ihr. Ich bin tot. Nein. Ja, da ist einer hochgekommen, Mann. Scheiße. Wo ist der da? Der ist tot. Ich hab mir was gedacht, was die da ist. Ich höre Schüsse, aber ich weiß nicht woher. Oh, einer ist da oben auf Flitze. Den habe ich. Einer kommt hoch. Einer kommt hoch. Tot. Schrecklich. Aber ich lasse dann bleibe ich auflaufen. Ja, sicher. Ich hab ihn. Auf dem Dickstasen. Bleib ich nicht hier. Harbin. Krass. Ich hab noch einen.